Tja, das nächste Wieso sieht das so aus? Kühlerspüchschau Eins Zwei Mh Zwei David Also der George Martin ist der Produzent von dem Beatles und dessen Sion. Giles Martin hat mir eine Beatles LP geschickt mit einer Widmung drauf. All my best to Vincent, all you need is love, von Giles Martin, also wo ich die Platte da bekommen habe, weil ich vom RK gerissen habe. Ich war ganz überrascht. Ich war ganz überrascht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017